Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und Willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Survival-Dramas The Dive. Ich bin der Stu und heute mit mir im Schwimmbecken ist die Lida. Hallo Lida! Hallo! Lida, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe nicht mal das Seepferdchen-Abzeichen. Das ist schockierend, aber für mich nicht besonders, denn wenn ich mich recht erinnere, kostete ja jedes dieser verfruchten Abzeichen Geld. Und da konnte so mancher nicht das Höchste machen, weil irgendwann mal die Kohle auch dafür nicht mehr da ist. Und wer zahlt schon für so einen nichtssagenden Lappen? Und tatsächlich war es bei uns so, dass es in der Schule integriert war, aber ich hatte keinen Bock. Ich habe, glaube ich, an dem Tag echt blau gemacht, muss ich jetzt hier gestehen. Jetzt wisst ihr es. Ich weiß jetzt, für euch wird jetzt eine Ikone fallen. Ja, euer Stu ist ein Schwänzer gewesen, aber so war es halt einfach. Und ja, ich dachte, das wollte ich jetzt nur aus dem Weg räumen, weil wir jetzt halt eben über The Dive reden. Und da geht es ja um das kalte Nass, um das Meer, ums Schwimmen. Aber es geht vor allem ums Tauchen. Und um was es genau geht, das kannst du uns bitte mal eben kurz erklären. Ja, bevor ich das erkläre, möchte ich nur ganz unzusammenhängend rein zufällig erwähnen, dass ich Gold habe bei diesen ganzen Schwimmsachen. Und nun können wir jetzt... Keiner mag Angeber lieber. Niemand mag Angeber. Hör auf damit. Nun kann ich mit meinem Goldabzeichen mich der Handlung widmen. Und zwar geht das ganz, wie The Dive schon sagt, um einen Tauchgang, der unternommen wird von zwei Schwestern. Wir haben hier Drew und May, die beide sich schon lange nicht gesehen haben. Und zwischen denen es auch einige, ja, unaufgelöste Konflikte, wollen wir mal sagen, gibt. Die, wie könnte es besser sein, um ein bisschen geschwisterliches Bonding zu erleben, fahren nach Malte zu einer ganz entlegenen Ecke. Und beide sind offenbar erfahrene Taucherinnen. Da wollen sie gemeinsam in die Tiefe gehen und sich vergnügen. Aber durch einen Steinsturz unter Wasser wird denn eine der beiden dort festgeklemmt sozusagen. Sie wird vertroffen von einem Stein und kann sich nicht befreien, auch nicht mithilfe ihrer Schwester. An der es nun ist, sich Rettungsaktionen auszudenken, möglichst schnell. Denn dort ist weit und breit niemand anderes in der Gegend, der ihnen helfen konnte. Sie kann nicht aus eigener Kraft einfach so ihre Schwester da herausziehen. Und der Sauerstoff ist natürlich knapp. Was bedeutet, dass die Zeit abläuft? Vielen Dank. Wem die Geschichte vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt, das ist ein Remake des skandinavischen Films Breaking the Surface, der vor zwei, drei Jahren, glaube ich, auf einem Fantasy-Filmfest lief und den ihr im Heimkino sehen könnt. Hast du das Original gesehen? Ganz ehrlich gesagt, nein. Gut, dann sind wir schon zu zwei. Okay. Ich habe ihn aber tatsächlich schon zweimal sehen können, den Film. Ich hatte nämlich das große Glück, ihn im Sommer in einer Sneak-Preview sehen zu können. Und das war so ein Fall, wo ich dachte, was ist das denn? Wer Dive? Noch nie gehört. Und damals sollte der Film dann auch im September starten. Er wurde dann mehrfach verschoben und kommt jetzt eben Anfang Dezember in die Kinos. Und ich konnte ihn jetzt nochmal gucken. Und ich sage ganz ehrlich, ich fand ihn beim zweiten Mal besser. Denn was mich beim ersten Mal gestört hat, war, ich mag diesen Überlebenskampf, diesen Survival-Schüler, dieses Drama, was da drin ist. Ich mag aber nicht diesen dramatischen, familiär-dramatischen Unterbau, den der Film hat. Denn diese Schwestern, das merkt man, da ist irgendwas im Argen. Und das wird auch immer wieder eingestreut. Und nun denke ich mir halt so, boah, ganz ehrlich, ich mache mir gerade Sorgen um den Sauerstoffgehalt meines Containers. Es ist mir gerade vollkommen egal, ob Papa mich mehr geliebt hat als dich. Wie war es bei dir? Ich bin mit der ganzen Sache nicht wirklich warm geworden. Was insbesondere daran liegt, dass der Film hier massiv kämpft, die Lücken in der Handlung, die dann entstehen, wenn Drew, die Jüngere, die sich um die Rettung der da eingeklemmten Schwester May bemühen muss, nun da in der Gegend rumrennt und taucht und alles. Das ist nicht besonders effektechnisch gut gemacht. Es ist auch nicht besonders spannend, denn man hat schon ein sehr starkes Gefühl, wie das Ganze aussehen wird. Und die Konflikte, die dann da ein bisschen familiär aufgebracht werden, um noch dem Ganzen etwas Hintergrund zu geben, haben es jetzt auch nicht gerade in sich. Das wirkt einfach alles recht lahm. Okay, sehe ich das jetzt nicht ganz so. Ich finde den tatsächlich stellenweise recht spannend. Ich muss sagen, für meinen Geschmack hätte er gerne noch ein bisschen intensiver sein können. Gerade dieser Zeitdruck, dass du halt eben weißt, okay, ich muss jetzt in fünf Minuten mit dieser Sauerstoffflasche unter Wasser bei meiner Schwester sein. Ansonsten geht die halt drauf. Hätte man gerne noch ein bisschen mehr ausspielen können. Ich hatte auch das Gefühl, dass diese Flashbacks auch immer so ein bisschen da waren, um so ein bisschen, ja, ein bisschen Erholung zu bieten. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich wirklich echt Schiss habe zu ertrinken. Ich glaube, das ist mit einer der Sachen, an die ich am meisten Angst habe. Es liegt vielleicht auch, vielleicht ist das der Hauptgrund, warum ich blau gemacht habe, als ich meinen Stehe fertig machen sollte. Das kann sein. Jetzt ist es raus. Ja, es ist auch eben so, dass der Film hier ziemlich sich in die Länge zieht. Wäre er jetzt vielleicht einfach nur kürzer gewesen, die Inszenierung knackiger, dann hätte das Ganze noch funktionieren können. Aber er erinnert dann auch sehr stark an diese typische Art Survival-Thriller, wo einer oder eine irgendwo festhängt und die ganze Zeit dann sein oder ihr Leben ständig vor sich ablaufen sieht. Und was da passiert, ist einfach sehr banal. Und dann hat es aber auch damit zu tun, dass die Effekte einfach nicht besonders gut sind. Also man hat einfach zu oft gesehen, dass das hier einfach nur computeranimiert ist. Man hatte nie das Gefühl wirklich von organischer Tiefe, von so einer reellen Bedrohung. Es wirkte einfach immer nur inszeniert und künstlich. Das hat auf mich gar nicht gewirkt. Und dieses Thema, dieses, oh, ertrinke ich jetzt, ertrinke ich nicht, das wird dann auf Dauer einfach eben wirklich langweilig. Auch weil da eben wenig passiert. Und so ein paar Zufälle, gut, das Ganze ist eine wahre Begebenheit, aber so ein paar Zufälle, wo man dachte, so natürlich, ja klar, so ist es bestimmt, würden dann doch sehr Drehbruch gegeben, um mit dem Versuch der Story etwas mehr eben Spannung zu verleihen. Aber ja, das hat einfach nicht wirklich geholfen, weil man auch hier vollkommen weiß, wie es ausgeht. Also da muss ich jetzt auch, also muss ich leider, du weißt Lieder, wie gern ich dir recht gebe, aber da bin ich wirklich komplett auf der anderen Seite. Ich finde, dass der Film richtig gut aussieht und meines Erachtens ist da auch relativ wenig getrickst. Sie haben in Anführungszeichen Original-Drehorten aber auch in einem Container oder in so einem Tank gedreht. Ich fand die Bilder von Kameramann Frank Riebe, der ja wirklich schon seit gefühlt 30.000 Jahren in Deutschland für gute Bilder sorgt, wirklich schön. Also was heißt schön, ich fand die auch unangenehm, weil diese Tiefe wurde meines Erachtens sehr gut eingefangen und hat dafür gesorgt, dass es mehr als einmal den Moment gab, wo ich dachte, oh Gott, ich will hier eigentlich gar nicht sein. Also von daher kann, also natürlich sage ich nicht, dass seine Kritik falsch ist, das tue ich nicht, aber ich sage aus meiner Perspektive, nee, der Film sieht, wie ich finde, recht gut aus. Ach, ich finde es gerade schön, dass wir so gegenseitiger Meinung sind. Ja, es ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was man sich angucken kann. Er ist jetzt nicht vollkommen hässlich. Es hat auf mich, gerade auf der großen Leinwand, einfach nicht viel Wirkung gehabt. Aber wenn ich jetzt noch was Positives dazu sagen kann in dem Film, kann man sagen, dass er solide gespielt ist. Das ist jetzt keine Meisterleistung und das geben die Figuren jetzt auch nicht her, dass man sich da sonst wie schauspielerisch verausgab. Aber es ist solide und überzeugend gespielt und ich kann es dem Drehbuch immerhin positiv anstreichen, dass wir es nicht haben, wie es so oft ist, gerade wenn es um Frauen in Survival-Filmen geht, dass die einen Haufen idiotische Sachen machen und man sich so denkt, oh mein Gott, wie dumm ist das denn? Und dann geraten sie irgendwie in ein Dilemma, was gefährlich ist, sondern dass das einfach wirklich ein Naturunglück ist, das diese Situation erzeugt und nicht einfach nur Selbstüberschätzung oder komplette Dummheit. Also ich muss auch sagen, dass die, ich weiß gerade ihren Namen nicht, Moment, wenn diese Louisa, nee, Sophie Lowe ist die Darstellerin, die Drew spielt, die jüngere Schwester. Ich habe mit ihr wirklich auch gerne mitgefiebert, weil sie war auch komplett überfordert, aber nicht diese Überforderung von wegen, sie ist überfordert, weil sie eine Frau ist oder weil sie dumm ist, sondern einfach, die Situation ist einfach eine sehr brutale, sehr einnehmende Situation. Sie versucht dann wirklich, sich da durchzukämpfen, das macht sie sehr gut. Das fand ich sehr beachtlich, weil oftmals hast du bei so Filmen entweder die Figur, die gar nichts schafft oder aber die Figur, die alles perfekt macht. Und sie ist da ein guter Mittelweg. Sie wirkte, ja, sie wirkte menschlich auf mich in dieser Situation. Das fand ich gut. Hat mir gefallen. Ja, also ohne das Original gesehen zu haben, dass alles in allem, wenn man mal schaut, bessere Bewertungen hat im Durchschnitt, obwohl das natürlich nicht immer irgendwie was bedeuten muss, wie gut ein Film auf IMDb oder Rotten Tomatoes bewertet ist, da das ja sehr, ja, parteiische Foren sind, sage ich mal, die auch nur einen sehr kleinen, nicht repräsentativen demografischen Ausschnitt der Bevölkerung widerspiegeln. Also die Meinung einer bestimmten Gruppe, aber nicht die Meinung der gesamten Bevölkerung oder einer repräsentativen Menge. Aber ich hatte stark das Gefühl, dass dieses Remake eigentlich völlig überflüssig ist. Und das ist so, einer dieser Filme ist, die nichts Neues wirklich hinzufügen, außer die Sprache auf Englisch umzustellen. Weil tatsächlich, also ich weiß, dass das Original eine Sache hat, die das Remake nicht hat. Und zwar im Original ist es wohl so, dass sie in kalten Gewässern unterwegs sind. Das heißt, die Kälte, die Temperatur spielt auch eine wichtige Rolle. Das hast du hier natürlich nicht. Hier geht es nur darum, dass halt eben die Zeit wegläuft wegen dem Sauerstoff. Im Original ist dann noch das Problem halt eben, dass sie halt vermutlich auch unter Wasser erfrieren könnte. Das ist so eine Doppelbelastung, die hier fehlt. Ich glaube, dass das bringt nochmal ein bisschen Extraspannung mit rein. Aber wie gesagt, ich habe das Original auch nicht gesehen. Und ich glaube auch, dass, wenn man ehrlich ist, dieses Remake auch letztlich keine Sinnhaftigkeit erfüllt. Nichtsdestotrotz, ich fand es tatsächlich, jetzt vor allem beim zweiten Mal gucken, weil ich halt eben wusste, okay, dieser Film hat dramaturgischen Unterbau, den ich nicht brauche, fand ich ihn dann irgendwie ein bisschen besser und war ganz froh, ihn auch im Kino gesehen zu haben. Aber ich glaube, das ist ein Film, der wird jetzt auch nicht so viel für Furore sorgen. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen seltsam, den irgendwie kurz vor Weihnachten rauszubringen. Ich glaube, im Sommer wäre der besser aufgehoben gewesen. Ja, er wirkt durch dieses Wasserthema und die Atmosphäre in Malta ja warm und sonnig definitiv mehr wie ein Sommerfilm als ein Winterfilm. Es sei denn, man wünscht sich dann aus dem kalten Berlin oder anderen kühlen Gefilden in die schöne Malta-Region, die wirklich sehr gut aussieht auf der Leinwand. Das kann man auch sagen. Malta sieht wirklich sehr schön aus. Und wie oft sieht man maltesische Produktionen? Das ist ja auch nicht so häufig. Haben die nicht irgendwie den letzten Jurassic World teilweise auf Malta gedreht oder so? War da nicht irgendwas? Naja, ist egal. Auf jeden Fall, ja, der sieht sehr schön aus. Ich würde jetzt keinen Urlaub da machen und Tauchurlaub schon gar nicht. Das hat er mir ein bisschen vergrätzt. Nichtsdestotrotz für mich halt einfach ein netter Survival-Thriller oder Drama. Lida, hast du noch irgendwas zu betreiben, was du mir sagen möchtest? Nein. Gut, dann tauchen wir mal ab zum Fazit. Und Lida, du darfst anfangen. Bitte dein Fazit. Ja, also eher ein Fall ins Wasser für mich. Es kam wieder so richtig Spannung bei mir auf. Noch hat mich der Film visuell überzeugt. Er ist so niedergemacht. Er ist handwerklich passabel. Man kann ihm jetzt nichts vorwerfen, außer dass er sich eben sehr in die Länge zieht. Eine richtige Spannungskurve entwickeln kann und auch kein menschliches oder psychologisches Drama bietet, das jetzt relevant genug sei, um einen über die überschaubare, aber dennoch gefühlt eindeutig zu lange Handlungszeit zu halten. Insofern für mich nichts, was man empfehlen kann. Ich würde dann eher sowas wie The Shallows den Leuten, die gern einen wassernahen Survival-Thriller mit einer Hauptdarstellerin sehen wollen, empfehlen. Aber das hier war dann doch mehr so eine Calling Card für den Regisseur nach Hollywood. The Shallows kann ich euch auch empfehlen. Den mag ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ist vermutlich einer der besten High-Horror-Filme der letzten Jahre. Und es gibt sehr viele High-Horror-Filme, aber die nächsten sind gut. Ansonsten muss ich sagen, es ist kein perfekter Film. Es ist kein Film, der das Optimale oder das Optimum aus seinem Setting rausholt. Nichtsdestotrotz fand ich den dann doch ganz ansehnlich gut gespielt. Ich, wie gesagt, habe auch so ein, Anführungszeichen, Fable für solche Situationen, weil ich davor echt ein bisschen Schiss habe. Und ganz ehrlich, auf wen wollt ihr hören? Auf mich, die Stimme des Volkes, ohne Sehfertigenabzeichen, oder auf dieses elitäre hier gegenüber mit den Goldabzeichen. Also, hört auf die Stimme des Volkes, hört auf mich. Das war es für uns und mit unserer Besprechung zu The Drive. Denkt dran, Tele Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Und ihr könnt auch liken, ob ihr Sehpferchen habt oder Goldabzeichen, das ist vollkommen egal. Außerdem haben wir eine Website www.tele-stammtisch.de. Könnt ihr auch gerne drauf gucken. Ich sage Tschüss und der Goldstimmerin gebührt das letzte Wort. Ja, ich schlage an dieser Zeit noch mal ein Battle zwischen Stu und mir vor. Und zwar sollt ihr, je nachdem, was ihr habt oder was ihr besser findet, mit einer kleinen Goldmedaille-Emoji oder mit einem Sehpferchen-Emoji unter dieser Kritik das bitte beistimmen. Und wer denn mehr Emojis kriegt, Goldmedaille oder Sehpferchen, der oder die hat gewonnen. Macht's gut. Die Stu-Dolphins werden gewinnen, das ist jetzt schon klar. Die Stu-Sea-Warses. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.